Hallo, mein Name ist Felix Kroos, ich bin Radsportler und ja, alle die mich kennen wissen, dass ich für den Nachwuchs stehe und wir haben alle eine sehr schwierige Zeit hinter uns, auch wahrscheinlich noch vor uns und ich drücke allen ganz dolle die Daumen, dass auch der Kindersport bald wieder losgeht und ja klar, wir haben jetzt viele Vereine und so, haben eine ganz schwierige Zeit und ich hoffe, dass wir das alles gemeinsam meistern können und ich freue mich dann bald mal wieder mit den Kindern zusammen auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ja, in diesem Sinne bleibt alle gesund und kämpft weiter, verliert nicht die Motivation und ja, macht's gut, ciao, euer Felix.